Der macht jetzt nicht Pause, oder? Du, warte, du! Äh, Aufgabenliste. Bediene die Kasse. Ich putze. Ich putze, ich putze. Keine Panik. Andrina, wir machen das schon. So mal! Die laufen auch an den Mülleimer vorbei. Ich glaube, Aliens haben keine Mülleimer. Die wissen nicht, was das ist, oder? Ich glaube, ich spinne. Dann sich beschweren, weißt du, dass es hier dreckig ist. Wenn die da waren, dann kannst du erst mal wieder sämtliche Regale bestücken. Das Alkoholregal ist fast leer. Da tust du dem Ruanda eine Prämie bezahlen, damit er was tut. Das Klo auch noch dreckig hier. Hey, geh nicht durch mich durch. Ich mag das nicht. Natürlich, Kunde an Kraftstoff. Moinsen! 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 Sack! Bitteschön! Moinsen! 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 Der war jetzt nicht damit einverstanden, weil der Müll voll ist. Dein Ernst? Ach, Mann. Der war tatsächlich sauer, weil der Müll voll war. Aliens weiß, die alles hinschmeißen, aber den Müll nicht wegmachen. Dann noch darüber aufregen, Herrgott. So! Einen Spiegel. Haben wir Spiegel? Ja, die Spiegel haben wir hier bestellt. Ne? Da. Einen Spiegel. Wo war das jetzt? Hier? Ne. Auf der anderen Seite, ne? Zack. Ich hör immer noch die Melodie von dem Bus. Und deswegen hab ich sie jetzt aufgebockt, ihr Ernst? So! Ich würde sagen, wir sind komplett leer, oder? Wir müssen echt Nachschub bestellen. Also Zeitschriften sind komplett leer, wenn ich das richtig sehe. Keine Produkte mehr. So. Eis. Da sind wir auch leer. Den Ruan, ne? Den werde ich mir mal schnappen. Das faule Stück. Das. Ich glaube, ich spille. Hier. Ab. Arbeiten. Betanken. Und du bist auch faul wie die Sünde. Aufgabenliste. Du gehst jetzt hier mal Tankstelle reinigen. Welcome back, lieber Mario. Welcome back. So. So ne faulen Angestellten. Keine Produkte mehr. Also, wir müssen Großbestellungen aufgeben, so wie ich das sehe. Bis hier mal einer kommt. Eine alte Frau wieder jung geworden. Ehrlich. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Jawoll. So. Lieferung. Jetzt gehen wir mal einkaufen. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 855. Ist ja nicht so wirklich viel, ne? Aber wir brauchen so einiges. Wir brauchen auf jeden Fall Erfrischungsgetränke. 1, 2, 3. Wir brauchen Snacks. 1, 2, 3. Wir brauchen Alkohol. So. Zigaretten, Eiscreme. Autopflege wollten wir auch mal zuschlagen, ne? Ich hoffe, dass das reicht. Dass das erstmal so geht. So. Große Lieferung im Anmarsch. Kundenwerkstatt. Okay. Feuer ihn. Nein. Noch brauche ich ihn. Einmal erzieht sich ja auch die Leute. Das ist ja nun mal so. Man muss sie ja auch erstmal einarbeiten und gefügig machen und so. Zwei Räder, einmal scratchy. Man muss sie ja auch ein bisschen, ne? Nur weil einer nicht so gut am Anfang ist, hat er ja noch... Man kann ja auch aus einer Lave einen Schmetterling machen. Es ist auch so. Ja. So. Äh, was war das? Scratchy war das noch irgendwo, ne? Warte. Äh, Scratchy. Ei, 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 ei. Da hat aber jemand bei ihm Schindluder betrieben. So, was war das noch? Ich sehe es gerade nicht. Ah, noch ein Reifen. Okay. Okay. Zack. Sehr schön. Sehr gerne. So. Tankstelle wieder sauber. Ist er schon da mit seiner Lieferung? Noch nicht, ne? Können wir hier auch noch mal kurz potzen. Dreimal Kraftstoff. Mag da keiner was, oder wie? Nicht jetzt. Oh. Oh. Also bei drei Tank-Säulen, ne? Da müssen wir aber viel schneller, ähm, Sprit wieder bestellen, ne? Have a nice day. Geto. Moinsen. So. Angestellte. Die ruht hier immer noch aus. Warte mal. Du. Du. Gehst jetzt mal an die Kasse. Und du. Gehst jetzt mal an die Kasse. Gehst mal eine Pause einlegen. Und du gehst jetzt verdammte Scheiße an die Kasse. Warte mal. Warte mal. Der ist da. Der Juan ist auch am ausruhen. So. Geht's noch? Alle hatten am Zaun, oder was? Hier. Du gehst jetzt hier, äh, tanken. Echt? Man hat Mitarbeiter und man fragt sich für was. Was? Herrgott. Wie lange braucht eigentlich diese dämliche Lieferung noch? Aber ich komme ja von dieser Seite nicht rein. Stimmt ja. Nein, ich will nicht da hoch. Einen wunderschönen guten Abend, Andrero. Was macht die Kunst? Wie steht's? Wie geht's? So. Hier nochmal. Alle Reifen rein. Jawoll. Scratchy hatten wir auch bestellt, ne? Ja. Alles rein. Öl. Keine Produkte. Hier. Keine Produkte. Hier. Keine Produkte. Hier. Und hier. Okay. Ist das schon drinne? Nö. Sag mal. Kommst du mit den Waren aus Bagdad oder was ist hier los? Sag jetzt nicht, der kommt da nicht rein. Was ist los? Ach, Leute. Was ist denn hier los? Das ist jetzt nicht wahr. Mal. Einen wunderschönen guten Abend, Locke. Das ist jetzt echt nicht wahr. Ey. Sag mal. Was ist los bei euch? Hey Gott. Echt jetzt? Ob du jetzt hupst oder in China fällst du einen Kreis um? Hier fahren Polizisten ohne Ende, weißt du? Und in der Zeit klaut mir der kleine Dennis-Idioter meine ganzen Waren aus meinem Warenlager, ey. Ah, jetzt wird gespeichert. Jetzt wird gespeichert, dass ich den ganzen Stau aufgelöst habe. Oh, die Fernbedienung streikt. Das ist nicht schlimm, liebe Grit. Du hörst Andrina nur schimpfen und meckern. Also alles wie eh und je. Oh, da habe ich aber zugeschlagen bei meinen Bestellungen, hä? Ei, 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 ei. Dudeloo! Und tschüss, reinsteigen. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt, Lieferlager, Kunde an Kasse. Sag mal, ich brauche unbedingt noch einen Angestellten hier. Wir müssen hier echt... Was hat der denn für eine... Okay. Die können nicht fahren, die können gar nichts. Weder fahren noch sonst irgendwas. Aber wir haben einen Stau aufgelöst. Unser erster Stau. Moinsen, sie kratzen sich so verlegen am Hinterkopf. Was ist passiert? Was haben wir denn? Spiegel nur. Und Öl. Ah, Spiegel ist doch kein Problem, Madam. Ihr Mann wird nichts erfahren. Mann, das kriegen wir doch locker hin hier. Ich muss sich gar keine Sorgen machen. So. Und Öl auch nochmal? Kein Problem, Lady. Kein Problem. Er wird nicht erfahren, wie weit sie damit gefahren sind. So. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, sie sind zufrieden damit. Und welches Trampeltier ist hier wieder durchgelaufen? Aber ich hätte noch Zeitschriften bestellen sollen, ne? Ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir überhaupt alle Regale wieder voll kriegen. Sonst haben wir hier echt ein Problem. Wir haben hier nichts. Eis hatten wir bestellt, weiß ich nicht. Nein. Aber hier hatten wir was bestellt, ne? Zehn, zehn, zehn. Zehn, zehn, zehn. Okay, ist voll. Snacks haben wir da. Machen wir mal alles drin, damit das hier mal ein bisschen voller aussieht, ne? Alkohol. Gleich mal wieder ein bisschen voller. Skippen hatten wir Kiene bestellt. Okay. So. Kunde an Kraftstoff. Was macht die denn da? Wie sieht es eigentlich aus mit Kraftstoff? 183. Geht noch. Du bist auch motiviert, ja, ne? Ich muss mal gucken, ob wir nicht nochmal einen Wohnwagen kaufen können. Warte mal. Angestellte. Wohnwagen. Natürlich muss ich die kaufen. Muss ich die noch aufwerten. Nee. Das ist am Chipsregal. Das war ich mit den Tapsen. Ach so. Dann solltest du vielleicht auch putzen. Ich muss nochmal, vielleicht doch nochmal hier hinten mal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen unter versuchen. Hinter, unter. Oder zählen diese Fässer als Schmutz? Nee, ne? So. Moinsen. Wie kann ich ihnen helfen? Sie sind so ein junger Mann. Nein, sind sie nicht. Oh Gott. Beach Boy, hä? Nix mit Autos oder sowas, ne? Ein Spiegel, ein Rad. Spiegeln gehen aber auch weg wie warme Sammeln, hä? Ich habe jetzt gedacht, wenn wir jetzt die Batterien haben, dass wir dann auch mal eine Batterie wechseln müssen, ne? Du hast nichts verpasst, liebe Grit. Nur ein bisschen Geschimpfe von Andrina. Der hier war es, ne? Noch mehr? Äh. Die Batterie. Oh! Die Batterie. Unsere erste Batterie. Wie macht man das jetzt? Äh. Ach so. Ich muss ja vielleicht eine Batterie mitnehmen, ne? So. So. Und jetzt hier. Zack. Was muss ich hier machen? Das ab. Das ab. Ah. Okay. Und die neue rein. Und das zu. Und das zu. Das war's. Oh cool. Jetzt nicht die Batterie auf dem Boden, kann wahrscheinlich mit dem Müllsack aufgenommen werden. Natürlich. Okay, das war unsere erste Batterie. Wie? Sound hat sich verabschiedet, müsste neu starten, also bis zum Ende stumm. Wie? Du willst mich nicht hören. Das ist ja dreist. Zählen die Schmierereien von Dennis als Schmutz? Wahrscheinlich, ja? Ja. 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 Ich sag dazu nix. Ich kann das nicht kommentieren. Das funktioniert nicht. Nein. Das. Das kann ich nicht kommentieren. Guck mal, hier ist noch ein Alien-Dingelskirchen. Ein Drache. Ja, Lavinchen, was hast du denn da drin gesehen? Ach, Himmel, Herrgott. Lavinchen, erzähl, was hast du gesehen? So, ob wir jetzt nochmal schaffen, Ruby zu starten? Nee, ne? Wir müssen nochmal Zeitschriften, Zigaretten und Eis bestellen. Warte mal, haben wir noch Eis hier drin? Nee. Zeitschriften, Zigaretten und Eis. Lieferung. Zeitung. Wir sind so wie Level 4 schon. Warte mal. Warte mal, warte mal. Einrichtung. Regale. Ein Hutständer. Und ein Brillenständer. Oha. Jetzt hier. Was habe ich gesagt? Zeitung. Hier und hier. Eiscreme. Das und das und das. Und ähm. Was war das noch? Das war kein Birkpockwürstchen mit Zwiebeln. Äh, mit Flügeln. Nein, das war es nicht. So, Hut. Hut. Hut, 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 Hut. Das sind Preise, die sich echt gewaschen haben. Brille. 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 Kriegen wir das alles unter? Ja, kriegen wir unter. 700 noches Euro. Na, Dollar. So, Moinsen. Jetzt muss ich auch noch selber arbeiten hier. Was ist los bei euch? Have a nice day. Moinsen. Schicke Shirt. Die Hand gefällt mir. Frag mich, wer da. Nein. Wir fragen uns das nicht. Das wird ihr Geheimnis bleiben. Macht 3 Geld 80. Jawollah. Moinsen. Meistens mal hier nicht alles aufs Band, sonst kriege ich das nicht kassiert. Arbeiten meine Angestellten noch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Immer dasselbe hier. Hier, guck mal. Locke war wieder vor dem Schiffsregal. Ach, Gott, ne. Moinsen. Was kann ich Ihnen antun? Oh, scheiße. Das war nicht gut. Was kann ich Ihnen antun? Mehr Sprit habe ich leider nicht. Oh, Sprit alle! Schnell Sprit bestellen. Oh je, oh je, oh je. Hier. 1,75? Nicht genug Geld. Ach, Mann. 20. Wie viel Geld haben wir denn? 400. Ach. Ach. Da können wir nur... Die machen ständig Pause, ne? Wirklich, das ist unfassbar. Wir sind jetzt arm. Wir müssen die Regale... Ja, ja, ja. Wir müssen die Regale aufstellen. Wir müssen die Regale aufstellen. Die Hüte, die Brillen. Ei, 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 ei. Da habe ich auch noch die zweite Tür aufgemacht. Der denkt nachher, ich will hier arbeiten oder sowas. Guck dir die mal an. Die machen alle Pause hier. Alle drei. Sag mal. Mayumi. Von dir habe ich was anderes erwartet. Ehrlich mal. Na, ihr könnt gleich schuften gehen. Wartet ab. Wie kommt das noch? Nein, ich will sie nicht. Ich will sie einfach nur erziehen. Ich will sie gar nicht austauschen. Erziehung ist alles. So. Du, Amelie. Äh, Bezahlung. Können wir dich denn bezahlen? Gerade so, ne? Du gehst jetzt mal hier... ...die Kasse bedienen. Mayumi. Äh, Bezahlung. Brauchen wir nicht. Aufgabenliste. Du gehst jetzt mal tanken. Und Juan. Ich kann mir nicht bezahlen. Du kannst noch Pause machen. Wir putzen hier in der Zeit schon mal ein bisschen die Tanke. Ach, der Schniedel ist da. Ja, 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 ja. 3,21 Dollar hast du ja noch. Ja, 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 ja. Der Müll ist voll. Was ist los? Ach, stinken schwer die Fliegen, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Zwei stück am Kraftstoff. auf